Jürgen Sie, wer ist? Hallo zusammen, das ist Tobias Stephan, der Goalie vom EHZ. Heute spiele ich Guess Who gegen Josh Holden. Und ich will zeigen, wer die Hockerspieler besser kennt. Ich bin Josh Holden und ich accepte den Tobi Stephan, weil er ein großer Goalie und gut spielt. Ja, aber hier ist noch eine Chance. Oh, Thomas Hefner. Oh, hier ist sie. Schlumpf. Entokolli. Oh, Noro. Matthias Seid. Oh, Head... 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 Headlands? No, Head... Headmunk. Gezeb! 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 Liffelig, man. Gezeb! Oef... Gezeb! 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 No, Gezeb! Oh, McKinnon. Gezeb! Guess who?